Rebellion Uh, ein leiser Ladescreen Ja, ist aus Oh, hab ich noch nie gesehen Sieht aus wie Pac-Man Irgendwie schon, wenn sie nach rechts schaut, oder? Mhm Njam, 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 njam Pac-Man, oh, drücke X Oh, ich hab mich Bock auf das Game, Alter Oh, X, ja Okay, gedrückt Das sieht Pac-Man Ja, ist er Oh, da oben ist ein Radar als Ladesymbol Oh, in die andere Richtung, ach du scheiße, in die andere Richtung sogar Alter, das hat Wayman noch nie gemacht Fortschrittlich Digga Diese ganzen Ideen von Sniper Liter 4 Stell dir vor, jetzt noch mal so vier Stunden in alter Runde laden Wäre nice Ladescreen und Feier, Alter Hallo Oh Ah Helligkeits Helligkeits Kaum sichtbar Ganz hell Nee Horizontal Oh, Alter, ist das laut Ist so, Alter Horizontaler Horizontaler Oh, Junge, ist das laut Ja Oh, Optionen, Digga Schnell Oh, Audio Ah Musik Ah Ja Oh Tim Musik ist leise Hey und willkommen zu dem Let's Play mit Tim Hallo Uuuuuh Hehehe 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 Ey, wir spielen 3 bei Liter 4 Und ja Timband starten Ok Oder es gibt den Chats Spielstuhl Oh Und auf geht's Ok Da ist der La-Symbol wieder Da ist Pac-Man wieder Da ist Pac-Man wieder Hehehe Rechts ist Pac-Man Pac-Man, Pac-Man Alles sieht übel geil aus Ach, hübscht Ich glaub, Zwischen-Sigenzung jetzt gleich Ja 1943 Eine Welt im Krieg Eine Welt in Aufruhr Der rechts unten voll Bock Er ist schon mal wieder läckelt Wir haben mit dem Nordafrika-Feldzug Ein Ende gesetzt Aber was nun? Ok, Entschuldigung Churchill Drang auf eine Invasion Italiens Nannte die Mittelmeerregion Den weichen Unterbauch des Krokodils Anfangs skeptisch Zog Winston die Amerikaner doch noch auf seine Seite General Dwight D. Eisenhower Oberster Kriegsherr der Alliierten Plant federführend die gesamte Strategie Was mich betrifft Was mich betrifft Ich bin auf dem Weg nach San Gelini Eine abgelegenen Insel im Südwesten Italiens Wir haben in dieser Gegend Schiffe verloren Der britische Geheimdienst glaubt Die Anwesenheit der Luftwaffe auf San Gelini ist der Grund dafür Die Königliche Marine hat einen eroberten italienischen Frachter Die Orchidia entsendet Sie war mit modernster Funkabfangtechnik ausgestattet Die gesammelten Informationen bestätigen unsere Befürchtungen Die Nazis besitzen eine neue Wunderwaffe Die Überlebenden der zerstörten Schiffe reden von einer neuen Art Rakete Ferngesteuert von dem Flugzeug, das sie abschießt Spüren diese Raketen unsere Schiffe mit tödlicher Präzision auf Die Aufgabe der Orchidia war die Funkmeldungen der Luftwaffe abzuhören Um rauszufinden, was die Deutschen vorhaben Auch wenn das das höchste Opfer bedeuten würde Jetzt müssen wir wissen, was die Nazis planen Und wie wir sie aufhalten können Ein hohes Tier der Luftwaffe ist auf der Insel General Tobias Schmitz Es ist kein Geheimnis, dass Hitler eine hohe Meinung von ihm hat Schmitz würde sich niemals lebend ergeben Und hat seinen geliebten Führer noch niemals enttäuscht Aber er könnte über nützliche Informationen verfügen Meine Mission Schmitz töten Und mit ihm alle hochrangigen Offiziere Und dann nichts wie weg Ich sorge dafür, dass die Männer nicht umsonst gestorben sind Ich muss so viel wie möglich über die neue Rakete herausfinden Ich will den Versuch Probier mal den da oben zu knifen, ok? Ja Ich will den Versuch Hehehe Er sagt erstmal was, warte Warte, warte, warte Jetzt nehme ich mal die Dings Ich hab kein Vistier ohne Witz Ich bin wieder daaaam Ok, hi Na Kampfkill, doch geht, geht, geht Und wie? Dreieck Dreieck Gleiche durchsuchen Alles klar, was? Dann hält's an, wie's hier sein Dann hast du so'n, wie bei COD, oder? Oder bei Rainbow Hast du so'n bisschen im Gesicht Ja, mit Ja, ja Hörst du mit der normalen was? Hast du noch einen anderen Kontur, oder? Nee, nee, äh, ja, warte Ja, warte, schau ich mal kurz Probier mal mit dem anderen Alter, wenn meine Theorie jetzt stimmt, ne Dann wär ich ja beste Sherlock, alter Ja, stimmt's Also auf echt? Ja Als ob das an meinem Controller liegt Warte, ich nochmal wechseln Ja Liegt echt da am Controller Alter, die Theorie war da Was ist das denn für'n Scheiß, alter? Was ist das denn für'n Scheiß, alter? Bitte mir nicht übel nehmen, hoff' ich Ja, ist was angenehmer, alter Aber immerhin haben wir's ja rausgefunden, alter Wupp 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 Ja, wie's einfach mal Controller liegt, alter Na man geht's hoch Na man geht's hoch Er steht da oben mit einer näheren Waffe, alter Er steht da oben mit einer näheren Waffe, alter Okay, jetzt kann ich wieder normal anwisseln Alter Äh, das kann ich mir nicht Ich versteh das nicht, warum ist der Controller Warum ist der Controller dann so kaputt, hä? Ne, ich check's nicht, alter Gründen ist ein Nazi-Auto Ich hab die Waffe aufgehoben, scheiße Also eingesammelt, so gesagt Ähm, ich mach mal hier, ähm, Schallgedämpft drauf, bitte Weil die haben, ich hab vor uns einmal geschossen Und da haben die sofort gesagt Äh, wurde sofort geschrieben, dass wir entdecken wollen Jetzt, jetzt ist zum Beispiel viel zu laut Jetzt könnten wir nicht schießen mit der normalen Munition Ja Scheiße Ich glaub auf der Waffe, die ich grad hab Da gibt's keine Schallgedämpfte Ach doch, hier Alter, auf dem Schuss davon Gehen wir schon ein Stück weiter vor Na ja Glaub ich noch einmal Ich muss höher ziehen, oder? Ich habe fast keine Munition mehr Alarm Oh, Killcam What the fuck Alter Ich hab gerade die geschmissen, ne? Eigentlich stand das Rockpin Bei der Killcam Ja, weil sie laut war, oder? Ja Gibt's hier irgendwo was? Ah, hier gibt's Zettel, Marco Nice, ich bin auf Ah, nächstes Trophäe Brief, die Heimat Option am Sammler Ich hab ihn getroffen, Alter Keine Kelle Komm an, ihr Alliierten Komm an, ihr Alliierten Angriff Angriff Wo weg hier, Alter? Nehme seine Position ein Achtung, Granate Ouuuuhh Ouuuuhh Ouuuhh 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 Wo bist du denn schon, Alter? Was los mit dir? Hm Ich muss paar Nudeln essen, Alter Meine Mom Sonst wird ja Hallo, ich hab gedacht, das wärst du neben mir Ouuuhh 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 Ich auch fast Warte, ich hab den Pistel Ouuuhh 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 Leute, steh nicht weiter auf mich Hört doch nur mit Ich kiff dich nicht Ouuuhh Ouuuh 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 Guck mal auf die Karte Guck mal auf die Karte Guck mal auf die Karte Wir müssen einmal nach links Nach rechts Mitte, Mitte und ganz oben Ich hab keine Ahnung, wo wir hin müssen Wollen wir mit der Esschen? Geh mal auf die Karte Ja, wo ist denn unser Ziel? Ja, wo die Fragezeichen alle sind Wo die Kreise mit Fragezeichen sind Okay, ja gut Wollen wir mit der Esschen? Links, rechts? Ja, gehen wir mal doch geradeaus, oder? Ich werd da hin Da hin? Okay Loll! Hat mich jemand angeht jetzt gerade? Boah, Alter, zieht die das lange hin Ja, aber ich glaub eine Mission soll auch lange dauern Ja, aber ich glaub eine Mission soll auch lange dauern Wenn du die mehrmals abschwellen kannst, weißt Oh Ouuuh In die Granate! In die Granate hab ich geschossen, ne? Lol Oh Aber mir hat keiner eingeweide gezeigt Ich hab die Granate getroffen, ne? Ich hab die Granate zu explodieren gebracht Ach, deswegen! Also, ob die da explodiert ist Wirklich? Ja, doch, die ist explodiert deswegen Warte, ich muss die zu kurz speichern, warte kurz Oh, fuck Ich muss die jetzt einfach abgespeichert Dann müssen wir lang, Alter Ich hab keine Ahnung, wo wir hin müssen Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Oh Oh, war vor daneben Ey, ich bin sehr nervös Oh! Boah, fuck den, Alter Ich bin down, Alter Boah, in's Auge! Oh, dringend neue Muni, ich muss kurz hinlaufen Ok, vielleicht, vielleicht bekommen wir, wenn wir jetzt so nen Offizier oder so getötet haben Weil wir gehen jetzt zum Offizier töten Da gibt's bestimmt viel Muni, hoff' ich mal Ja, kann sein. Oh, jetzt geht's los, Alter, jetzt geht's los. Langsam komm ich klar mit dem Laufen. Da sind Fässer, die können hochspringen. Aber ich hab Bock auf Madshots. Hallo. Na klar. Ich hab den Offizier gefüllt, Alter. Sorry, hab vergessen, mich stimiert. Boah, Kopfschuss. Ich krieg hier jetzt immer mega. Und wir klöten jetzt in dem Spiel echt... Opa-la. Steck der Fight. Eigentlich wollte ich die Autos nicht kaputt machen. Aber wir haben ja noch eins. Na gut. Oh ja, Mundi. Ich hab nen Dienstplan irgendwie kommen. Weil ich... Ähm, warte, ich les mal kurz die Briefe. Fuck das. Auch verlesen, aber. Warte, ich muss gucken, was wichtig ist. Okay, das ist hier so ein Brief von... von hier. Ja. Wir müssen aber zum Schmitten. Ne, wir... wir... wir töten erstmal die anderen Offiziere. Egal. Wetten, wir töten dann irgendwann den Schwitz. Ne, mach mal das letzte Schwitz. Hast du sehen. Verflixt! Kaum noch Munition! Oh, drei Schuss für die... Hey, aber... Vielleicht muss man das erst freischalten, dass man Autos fangen kann. Ja. Hast doch keinen Führerschein, meinst du, oder? Ja, genau. Oh! Bist du der in meinem Busch? Ja, ne? Ja, ja. Oh, ich hab nicht so was gebaut. Alter, ich hab Ferngase aktiviert. Ja, das ist der Offizier! Tom, ja! Bam! Aua! Komm schon, ich bin hin! Offizier ist gut! Nein, was? Komm, man darf doch fahren, bitte. Ey, Tim. Da vorne ist Munition. Ja. Bist du ein Mongo, Alter? Ich wusste das, als ich die Dinger gesehen hab, Mann. Ne, ich mich abschieße, das geht. Ah. Wegen soll ich schwecken, da mal. Schau mal nach unten, Alter. Warte, ich mach Unterscheid-Munition. Oh oh. Wurde grad fasziniert. Abbrechen, ne? Oh. Warte ich, du Gutsch. Unterscheid-Munition? Ich will auch. Oh, in die Hoden! Hodentreffer! Lol, der hat überlebt bei mir! Ich hab doch viel bekommen, oh, gar... Herztreffer! Ich hab mal in die Hoden weggeschossen. Alles gut? Ich hab mal in die Hoden weggeschossen. Alter, Alter! Nicht vor den... Oh, ekelhaft! Nein, ich hab den Offizier nicht gehört. So langsam läuft's mit dem Aimen und so. What? Kein Headshot! What the fuck, was? Ich seh den nicht einmal. Ich seh den nicht einmal. Ich weiß nicht mal, worauf du schießt. Den einen hinter so ne Mauer. Ja. Oh, lol! Alter, genau in seine Fresse. Du musst echt rüberziehen. Genau in seine Fresse. Du musst echt rüberziehen, Alter. Das ist unglaublich. Ja, Alter, aber... ...diese Killcam, Alter. Die war grad ekelhaft. Du musst... Du musst mal so'n... ...an so'n Hodenschuss, Alter. Ach, der mit dir! Oh, ins Tuchel! Oh, den hab... Oh, den hab ich auch gesehen, Alter. Oh, den hab ich auch gesehen, Alter. Oh, ich durchsuch ihn mal schnell. Lass erstmal zu dir abholen. Der andere. Der andere. Ich hab keine Mutti mehr, schon. Offizier, für mir. Level 2, Alter. Nice, Digger. Okay, wir haben jetzt vier Offiziere, oder? Obwohl. Verbandskästen. Verbandskästen kommen oft raus. Lass uns nicht mitholen. Ja, jetzt hab's schon alle. Du... Weil das zu schneiden mit... Es werden echt lange Folgen, Alter. Jetzt geht's nicht mit, Alter. Und ich glaub, der ist nicht... Nee, der ist nicht schlecht. Oh, der ist bei mir. Er ist tot. Oder? Was, du bist ja drin gewesen? Ja, ich hab ihn. Neu. Hehe. Einfach ins Herz geschossen. Hey, Tim. Hier für dich. Schau mal von der Insel. Tim, hier für dich. Ich will den Ekel nicht. Hallo. Hallo. Ich hab' immer nach unten gejumped. Wuhu. Oh, die... Wow, die beste Szene ever. Oh. Das Ende vom Anfang Trophäe erhalten. Ich hab' eigentlich mehr als du, easy. Unfair. Oh. Längster Schuss 112 Meter, Alter. Oh. Okay, das war's dann mit der ersten Folge. Ich frag mich, wie dank sie wird, weil das war schon echt lang, oder? 38 Minuten. 38 Minuten? Ja. Ja. Ja, locker so 20 Minuten wird die Folge dauern, oder so. Keine Ahnung. 20, 25 Minuten. Jo. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Jetzt ist der Tim auf. Jo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.